Leute, ich war letztens mal wieder bei meiner Mutter auf den Hund aufpassen, da wollte sie mir eine kleine Freude machen und hinterließ mir sowas Nettes. Kinder Professorino oder heutzutage Kinder Schokofresh, aber das ist nun nichts mehr von beiden. Schauen wir mal aufs Gesichter, was geht ab? Euer Petraco wieder am Start und herzlich willkommen hier nun zu einem neuen Video von mir. Und zwar ist das für mich ein ganz wichtiges, besonderes Video, was ich ansprechen muss hier, denn meine aller Lieblingssüßigkeit wurde verunstaltet. Und darüber sollten wir mal ein bisschen reden, hier auf diesem Kanal gibt es wirklich nur die wichtigsten Themen und wir sollten über sowas sprechen. Wer kennt das noch? Kinder Professorino. Meine Kindheit pur war das. Dann kommt die Umbenennung des Namens des Produktes von Kinder Professorino auf Kinder Schokofresh. Warum? Kinder hat noch nie irgendein Produkt von denen umbenannt einfach. Stellt euch mal vor, Kinder Pinguie würde umbenannt werden. Da fing es dann schon an damals, ne? Da denke ich so, Kinder Schokofresh, na gut. Es ist immerhin noch das gleiche Motiv, die gleiche Nashornform, schminkt immer noch gleich. Hat man dann irgendwann mal tatsächlich akzeptiert, mehr oder weniger, sag ich mal, den Namen. Aber jetzt, jetzt. Leute, Leute, fangen wir mal bei der Packung an, bei der Packung, ne? Sonst ging es ja immer so von der Seite auf. Jetzt machen wir sie hier so richtig modern, so auf und um, das ist alles, denke ich so, na, ist ja noch nicht so schlimm. Aber Leute, guckt euch doch mal die Form an. Die Rhinoform ist weg. Die Rhinoform, was habt ihr bitte gegen Nashörner? Ja, erst benennt ihr einfach den Namen um, Kinderprofessor Rino in Schokofresh. Und jetzt, das Einzige, was überhaupt an dem alten Produkt übrig geblieben ist, die Rhinoform ändert ihr zu, na, ich weiß nicht mal was. Wir essen das jetzt einfach mal live. Ich habe mir nämlich hier noch einen aufbewahrt. So, so sehen die jetzt aus. Dann schauen wir uns das Ganze mal in echt an. Wie sieht das jetzt nun aus? So. Was ist das? Es ist nicht mal irgendwas, eine Form mehr, worauf man sich irgendwas ableiten könnte. Man kann es jetzt wohl teilen, gut, eins für euch. Ja, keine Ahnung. Gefühlt ist ein bisschen vom Sahne-Karamell-Verhältnis ein bisschen mehr. Also die Sahne mehr. Man muss aber sagen, es schmeckt immer noch mega geil. Ich finde aber das Wichtigste an dem Produkt, dieses Feeling, ist einfach weg. Das war einfach so meine Kindheitssüßigkeit. Kinderprofessor Rino, dieses Nashorn, dieses Feeling einfach, es ist jetzt einfach zerstört. Es schmeckt zwar gleich, aber ich weiß nicht, ob ihr mich jetzt gerade verstehen könnt, was ich meine mit diesem Feeling einfach, womit man aufgewachsen ist, diese Rino-Form. Ich verstehe es einfach nicht. Was habt ihr gegen Nashörner, Kinder? Bitte, Kinder, wenn ihr dieses Video seht, schreibt es mal bitte in die Kommentare, was habt ihr gegen Nashörner. Das beste Beispiel wäre, diese Happy Hippos, diese Dinger in diesen Mielpferd-Dingern. Das wäre genau das beste Beispiel eigentlich, so, wenn die das auf einmal umbenannt hätten oder diese Hippo-Form entfernt hätten. Dann sind das doch keine Hippo-Hippos mehr. Dieses Feeling ist einfach weg. Also, ich weiß nicht mehr, ob ich mir das jetzt so oft holen werde. Ich weiß nicht. Irgendwie denke ich mir immer wieder so, irgendwie ist das Feeling von damals zerstört. Ich weiß nicht, warum sie das gemacht haben. Bitte, Kinder, teilt dieses Video, schickt es Kinder, schickt es ihnen per Mail zu. Ich will eine Antwort haben, warum sowas passiert ist. Wirklich, meine ganze Kindheit ist dadurch jetzt zerstört worden. Also, das ist echt nicht mehr witzig, Leute. Das wollte ich mal ein bisschen mit euch jetzt hier diskutieren. Was soll das eigentlich? Was war eigentlich eure Lieblings-Kintheits-Süßigkeit? Schreibt es mal in die Kommentare. Ihr seid ja auch so ein Killer-Professorino-Schoko-Fresh-Fan und könnt nicht irgendwie da verstehen, was ich meine. Die Kinder-Schokobongs sind nicht mehr rund, sondern viereckig oder so. Und das, oh Gott, ich will sowas vorstellen, was man alles machen könnte aus den Produkten. Gut, Leute, das war's von mir. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir immer ein Däumchen da. Und dann sage ich nur noch, macht's gut, habt noch einen schönen Tag. One Punch, FAU! 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 One Punch! Vielen Dank.